Malcolm Badu, für energieTV hier. Herzlich willkommen beim FC Energie Cottbus. Dankeschön. Wie fühlt es sich an? Du kommst gerade vom Training, wie ist es? Ja, es ist gut. Die Mannschaft hat mich klasse aufgenommen. Ich war ja jetzt hier schon in einem anderthalb wöchigen Probetraining und ja, ich habe mich vom ersten Tag an wohl gefühlt. Umso schöner, dass es jetzt auch mit der Verpflichtung geklappt hat oder mit dem Transfer und ich freue mich wirklich hier zu sein. Genau, viele Fans haben dich schon gegen Brandenburger SC natürlich gesehen, wo du glaube ich den ersten richtig guten Eindruck da lassen hast, technisch Leute auf dich gezogen, schnell gewesen. Ist das auch so deine Stärke, also die Technik? Ja, auf jeden Fall. Ich habe, denke ich, eine sehr gute Ausbildung genossen in Wolfsburg und ja, das gehört da zu meinem Grundreporteur. Ich bin natürlich noch nicht bei 100 Prozent, aber es hat mir schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wie das ist vor diesen Energie-Fans zu spielen und ja, ich freue mich einfach riesig hier zu sein. Richtig. Klaus-Dieter Wollitz als Trainer hier, wie empfindest du ihn? Kannst du ihn vorher? Ich kannte ihn vorher persönlich noch nicht, aber natürlich, sein Name ist in Deutschland extrem bekannt und dass ich jetzt unter ihm auch Spieler sein darf, ist mir eine riesengroße Ehre. Ich weiß auch von vorherigen Spielern, Streli Mamba oder Kevin Weidlich, dass er Spieler weiterbringt und ja, deswegen freue ich mich riesig auf die Zusammenarbeit mit ihm. Was sind deine persönlichen Ziele bei Energie Cottbus? Ja, natürlich, ich war jetzt ein halbes Jahr raus, das merke ich natürlich auch. Ich denke, ich habe auch noch Nachholbedarf, da sollte man jetzt noch nicht zu viel erwarten. Ich gebe mir die Zeit, ich glaube, die sollte man mir auch geben, aber ja, ich probiere der Mannschaft zu helfen mit meinen Qualitäten und ich bin natürlich hier, um zu gewinnen. Und die Mannschaft hat eine super, super Qualität und ich glaube, unser Anspruch sollte schon sein, auf jeden Fall oben mitzuspielen und das will ich auch. Das ist eine gute Ansage, das würde sich auch die Energiefans freuen. Wie gut bist du im Team angekommen? Gibt es schon erste Freundschaften? Ja, natürlich, ich kannte ja Maxim Pronnitschew schon vorher, schon Kauter, einige Jungs, die haben mir das unfassbar erleichtert und man sagt ja immer, die Fußballwelt ist klein, über Gespräche kennt man den, kennt man den und ja, ich wusste schon, was auf mich zukommt. Deswegen hat das von Tag 1 super funktioniert.